Hallo und herzlich willkommen zum Tagesorakel am 9. Januar und ich freue mich, dass du mit dabei bist und es geht gleich richtig gut los. Wow, gleich mit der Sonne ein mega energiereicher Tag. Dann haben wir den Gehengten mit dazu und das Ast der Schebe. Wow, was ist das für ein geiler Tag. Also erstmal wirklich positive Energie. Wir sind strotzen vor Vitalität, haben einen ungemeinen Optimismus dabei. Der Gehengte sagt auch, bleibe in dieser Haltung drin, verhache in der Positivität, in den guten Gedanken und probiere aber vielleicht auch mal aus, deine Perspektive etwas zu verändern. Das Ast der Stäbe gibt dir die Kraft, die Tatkraft, die Stärke und heute wirklich kannst du etwas unternehmen. Wage heute etwas aus diesem positiven Impuls heraus. Wage etwas, vielleicht in der Liebe, im Beruf, probiere hier etwas, springe über deinen Schatten. Das sagen heute die Karten. Vielen Dank.